Noch eine Ecke. Ich glaube, das ist ein natürlicher Schacht. Jetzt kommen wir zum Vergleich. Eine 46er dazu. Das ist schon sehr schmal. So, aber da oben. Super. Ich bin fertig. Super. Auch das Wocky-Tocky noch da herum. So, da waren wir auch schon drin. Das Video ist hier auch in der Playlist. Da wird es leider unten verschüttet. Da geht es nicht weiter. Und da oben noch. Hier sieht man nichts. Da oben geht der Spalt weiter. Dann suchen wir den Eingang zu den Stollen, der da unten verschüttet ist. Bis gleich. Da oben gehen wir mit. Vielen Dank.